Mais? Give me the Mais. Spongebob? Spongebob? Bist du es? Kommt man hier rein? Okay, ich sehe schon. Und jetzt? Okay. Sag jetzt nicht. Nein, ich will das nicht. Ich will das nicht tun. Ich habe Angst, dass sich dieses Ding da bewegt. Ich will das nicht tun. Ich will das nicht tun. Okay. Ich komme nicht durch. Ich muss ihn da komplett weglocken. Okay. Gehts. Ich muss das nicht tun. Ich bin das nicht da. Ich bin das nicht da, dass ich kein Blatt. Na? So nicht, Kumpel. Ich glaube, das war es noch nicht. Du lebst hundertprozentig auch. Ich glaube, vier. Ganz viele von euch. Nee. Was haben wir denn hier, Feines? Okay. Ganz viele von diesen Freaks. Oh Gott. Hundertprozentig. Irgendwas lebt doch hier. Ja. So, wie ich das hier aussie... Oh, es sieht alle. Ja. Nein! Boah. Was stimmt denn mit euch immer nicht? Okay, jetzt wissen wir zum Beispiel, dass... ...zwei von euch Freaks hier leben. Okay. Ja, ja. Das war es noch nicht. Du wirst leben, oder... Nee, du. Du. Oh! Nicht essen. Ich schmecke doch gar nicht. Mann. Nee, nee, so nicht, Keule. Ihr widerlichen Freaks. Äh... Na? 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 Ihr eulen Freaks. Verpiss euch. Das stimmt mit euch eigentlich nur nicht. Da muss ich hin. Boah. Egal was hier ist, ne? Das ist automatisch verloren in dem Spiel. In dieser Welt hier vor allem. Jo? Ne. Meine Freunde. Warte mal. Ich bin gerade erschrocken. Die wollen mich alle pressen. Wow. Love, forest, love. komm 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 hoch oh man das war knapp Seife okay da ist Karton aber gibt es hier noch irgendwas Ziehen wir erstmal den Karton da weg Was gibt es hier ist das widerlich Nein 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 Na komm Aha Schauen wir uns hier hin Okay Müssen wir uns hier ran stellen Ja ich sehe das funktioniert Ast rein Hier ist doch dran Du lebst doch 200% Und du Ja Ihr Freaks Ihr seid so richtig widerlich Du hast Rollen Richtig schieben Da ist doch bestimmt Griffe drin Okay ich bin alleine hier Weit wahrscheinlich ja alleine nein da muss ich mich hin Hier irgendwas ziehen Hier irgendwas ziehen Okay ich muss die ganze Kiste von vorne holen Okay also muss ich die Kiste doch holen Ja komm Ja komm Oh Gott Wer hat sich das denn ausgedacht Wer hat sich das denn ausgedacht Na komm Und ich wette mit dir also vielleicht die Kiste da reinschiebe Fangen an sich die Affen da drin zu bewegen Hundertprozentig 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 Oh Mann Oh Mann Ah Ah Geht noch was Oder wie soll ich das verstehen Muss ich vom Waschbecken aus wo Gehen wir nicht mal da hin Da komm ich auch nicht hin Hm Hm Da hin Okay Ich hab was übersehen Hab ich irgendwas 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 übersehen Warte mal Warte mal Warte mal Warte mal Licht aus Hier ist die Kiste wieder da Gerade erschrocken So da waren wir schon hinten drinnen Oh Gott, ey. Na los. Na komm. Ah, verdammt. Licht bewegen sie hier nicht. Hm. Ach, ich muss ja Licht anmachen, ob der Strom ist. Okay. Rätsel verstanden. Harp hat nur noch eine Umsetzung. Glück, hab ich eine Taschenlampe. Oh Gott, bist du hässlich. Bist du ein hässlicher Freak. Ja. Ella Badge, Ella Badge. Du bist eingefroren. Das kann ich mit dem Mr. Rollstuhl bestimmt schieben. Weg hier. Mann. Ja, hier, du bist doch so ein Statist. Ähm. Noch mehr Flüssigkeit. Gott. Hm. Ich muss laufen. Nein. Nein. Aus. das dauert doch nicht lange dann kommen sie hier rein oh man das dauert doch nicht lange wieso lässt sich der Stuhl nicht verschieben greift doch wie soll ich da reinkommen muss doch den Stuhl verschieben oder sehe ich das verkehrt jetzt hier rauf gehe besterbe ich oder nicht ja das bringt nichts hier kann ich rauf ich muss ich doch jetzt nehmen wir dich mit diese ollen Freaks oh weia ach ich mach doch automatisch das Ding mitnehmen dann stöpsel wir das hier mal rein ok na denn wird der Aufzugsaft haben na denn rein hier los oh man oh ha wie das aussieht dürfen wir hierbei trennen oh man oh man irgendwas passiert doch jetzt hier gleich das ist wir gehen etwas komm das Eisgadenchen Nummer 2. Hör einfach. Noch einen. Ja, helf mir doch einfach mal. Wenn ich doppelt erwischen kann. Ja, komm. Okay, okay. Komm her, ja, komm. Weg. Hilf dir. Endlich geschafft. Oh. Oh. Was bist du denn für einer? Oh Gott. Der nächste. Oh, blub. Aha. Stimmt mit dir eigentlich nicht. Ja, das war so klar. Wenn du hinterher gescheitert kommst. Nee, komm verpiss dich. Boah. Stimmt mit dem Vieh nicht. Wir müssen eindeutig weg. Oh nein. Wir müssen irgendwas holen, was wir dagegen werfen können. Ja, schön. Dann schiebt er wieder umher. Jetzt guckt er da. Jetzt kommt er wieder her. Was ist denn los? Was sucht der denn? Ja, da ist nix. Ja, da ist nix. Ja, da ist nix. Hau einfach ab. Ich werde wahrscheinlich ein großes Problem haben. Wenn ich das Ding mich dagegen werfe, geht da auch Alarm an. Hier kommt doch Mr. Überfette Spinne Doktor. Ich hab doch gleich angeläuft. Ich hab doch gleich angeläuft. Der kommt doch gleich. Der kommt doch gleich durchgeschissen. Na komm. Ich bin nicht da. So und sie ist unsichtbar. Ich zieh. Genau. Fress mich. Wobbel, 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 wobbel. Wobbel da rein. Hier ist keiner. Ich würd's lassen. Hier. 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 Und wie das mit dem Spiderschwein weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge, bye!